ok also ich habe die strecke vollkommen verstanden ist gar kein problem ist gar kein problem leute wenn ich ich wäre dann habe ich echt nicht wie gesagt nur mal irgendein teil 10 15 minuten maximal maximal zusammen alle teile halb stunde die ersten zwei der runden habe ich öfters gemacht habe ich öfters gemacht darauf ist kurz startet und wieder weiter viele spiele nur so angespielt was ich lange viel gespielt da war 44 d sports driving stand car racing das war das beste so ein spiel gibt es bis heute immer noch nicht geben das dachte ich mir auch hier was war das denn das war eine strecke genau wie für mich gemacht dann noch mal platin hier next next track es kommt mal wieder so eine multi lab wenn es aussieht als hättest du alles unter kontrolle bist du nicht schnell genug mario andretti ich habe nie etwas unter kontrolle von daher bin nicht extrem schnell avoid the center ja das ja das habe ich gelesen und habe das center nicht gesehen ja ja international time attack formula jetzt ist mir das ist mir ist auch klar warum center vermeiden trifft hier genau mit 5 km h soll ich jetzt hier driften wow 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 was war denn das grad schön schöne strecke gefällt mir das heißt über hitzler mal an der echt kann sein dass sowas gesehen haben donat ja jetzt derzeit auf sowas zu schauen was siehst du für sachen was nimmst du für tabletten ja lecker hunger 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 kannst du die erbe so verlieren rutsch jetzt komme ich da gar nicht mehr drüber krass alter du kennst nichts da war ich kein so dunder fresser bin wie du jetzt kommt er wieder vorbei an mir so ein arsch das bin ja ich ww benni grüßte ww ww Nein, shit Das ist doch das Schlimme Wenn, Benni Dann gab es dann letztes Mal noch ein Benni Also Ihr vermehrt euch Das ist ja ekelhaft Ihr gebt doch Gas, Alter Da ist die Breze Da ist echt eine Ich denke mal, was für ein Idiot fährt er so schief Das bin ja ich Ich kann mit dem Nichtspeed hier nicht driften Stimmt, vielleicht war ja Benni doch bei Benni Da ist die Breze Und kurz danach kommt der Benni Ich habe den Sonntag jetzt noch gar nicht gesehen Nee, ich werde euch anscheinend nicht mehr los Also Ich bin schon arm dran Aber lieber arm dran als arm ab Hier muss man ein bisschen Geschwindigkeit reduzieren Wenn man gut Da durchkommt Und die Mitte vermeidet Ist man sehr schnell Du musst dann In der anderen Kurve schon ein bisschen bremsen Oder versuchen zu sliden zumindest Irgendwie Nein, das ist Die Bumse da Erstmal zu Benni Tower von der Vergräste Schön, dass du da bist Willkommen Das ist gar nicht wie ich das am besten fahren soll Das ist gar nicht wie ich das am besten Zumindest die Eingezahl ein bisschen verbessert Was, Kaufland hat geile Tütensuppen Das, äh, ja Das kann sein Es gibt bestimmt noch ein paar Lame Möglichkeiten hier Kauf mir ein Wiener gewesen Alles voll Ja, ist ja klar Kaktus, was ist das? Gibt es da Pflanzen? Gibt es da Pflanzen? Gibt es da Pflanzen? Gibt es da Pflanzen? Ja, ich hoffe es ist da Ich hab mich mit mir Gibt es da Pflanzen Du bist da Pflanzen Nähzeitlich verbessert Oh, mit so langsam wie die Hand Wenn ich so dauernd hier quetsche auf Auf dem Boot Auf dem Tisch Ich dachte, die Tüten wären immer nur die Notlösung Wie vorher in dem Spiel stand hier Man muss sich einen Karton über den Kopf ziehen Karton Jetzt kommt dein Karton, dachte ich mir dann Der fährt außenrum, ok Er meint das auch mal uns, ja, ok Eine luxemburgische Einkaufsführer, alles klar War noch nie da Ja, Green Tornado Du hast doch gesagt, du hast alles auf Gold Dann dachte ich mir, dass du das auch auf Gold hast Wann hast du denn das Spiel angefangen zu spielen? Heute oder gestern schon? Aber vorhin bin ich eigentlich ganz gut durchgekommen Ich habe sogar den Goldenen überholt Und bin natürlich gegen die Leitmacht Gedadget Heute morgen, ok Hast du denn schon auch die anderen Teile gespielt Oder ist das auch dein erster Wie beim Megamir Ich muss nicht anders mich hinsetzen Das ist ja voll wichtig so Ich tu dauernd hier die Hände Die Hand auf dem Tisch quetschen Ich muss noch ein Bein tauschen So, weiter geht's Na gut, dann treffen wir uns alle demnächst beim Kaktus Und gehen einkaufen Ich hoffe, wir sind danach nicht alles zerstochen Woah Yay Okay. da käme überschuss nach der kurve aber trotzdem erreicht es für den goldenen typen noch nicht hier ja gut bis ich da hinkommen hole ich mir das alles lieber vor ort selbst die fahrt dahin wird sich ja gar nicht wohnen um das zu kaufen aber tut schon meine finger hier weh ich muss mal und dann tisch mit dem betrunken müssen wir schon einmal für minuten meine hand zu entlassen das führte ich schon besser mit dem kronen am tisch das ist ein ganz anderes fahrerlebnis unter dem tisch körper ich sage es aber nur ich sage es ach der all die hat sehr viel zu bieten du pyro ich traf doch eh kein bier ich traf doch eh kein bier Bier I don't care about kein bier gibt es hier ich muss euch sagen ich tue mich mit so einer arkade steuerung extrem schwer der controller und arkade ist für mich wie ich weiß nicht es ist nicht ganz so schlimm wie first person und controller aber arkade schon sehr schlimm aber ich finde ich finde es lustig es ist schon funny also wenn sie die steuern noch ein bisschen optimieren dann hätte das bestimmt potenzial sogar auf ab und zu mal ein paar ründchen spaß spaß im glas momentan halte ich den getrollen der luft hier spielst du tornado hd oder grüner tornado roter spielst du hast auch mit analog stick gespielt und hast du ab und zu mal mit dem dingster stick da oder wie heißt das ding steuerkreuz ich krieg es nicht hin dass ich den sich das auto hier unter kontrolle halte dass ich gerne trinke Cola Cola und Limo nein ich hab keine Lederhosen ja gut jetzt fahren wir das nochmal dann ist auch wieder okay das passt schon ich hab zwar gesagt ich hab den siegeswillen mit gold aber dieses hin und her gehampelt das passt schon das ist schon okay lieber sollst du nicht dann gar keine geduld mehr auf ich dachte dass das heißt irgendwie anders so gut nächste strecke passt ne eigentlich überhaupt nicht hier mit definierst du beide nur dass Lederhosen haben das ist aber echt hier Schublauen denken Pyro 1017 06 oder 0671 oder 1 706 oder so ich weiß ja nicht so weiter geht's jetzt schauen wir uns mal hier im Schnelldurchlauf das ganze an was es noch so gibt hier fahren wir die strecke noch dann schauen wir uns noch an was es noch in dem game gibt was die beta noch so zu bieten hat und dann werden wir mal ein Fazit anziehen das ist ja jetzt lang genug gegeben so nur mal ein first impression und first look first impressions ah die strecke ist bis jetzt cool yay das ist hübsch das ist schön richtig richtig interessant zu fahren hier mein Gold werde ich es jetzt auch nicht schaffen das ist mir jetzt mittlerweile egal wenn wir wissen schauen was noch das Spiel zu bieten hat ja das ist krass gell wie wie sehr die uns wie sehr mit Vorurteilen gespielt wird im Ausland gut wir machen es ja nicht anders online racing gibt es noch ja können wir ja mal gucken können wir ja mal gucken wie ist das mit dem strecken editor random strecken oder so ein scheiß hast du nicht irgendwas am anfang gesagt also mir gefällt die strecke die ist sehr interessant die ist sehr interessant die ist sehr interessant du mit deinen für mich fahren also würdest du dich daran aufgeilen oder was dass man hier sieht wie geil du fährst also Also sowas Frech ist hier Green, Red, Blue, Tornado Ich lasse niemand Die Steuerung übernehmen Ich lasse nur Remlot die Steuerung übernehmen Kampfbereitschaftsphase 1 Volle Energie Und fertig ist die Wer weiß wie es weiter geht Das fährt sich doch schön Was sind denn das eigentlich Für blöde Figuren Ich habe schon vorhin gefragt Was ist denn das für ein Munchkerl da Sind das nicht Sind das nicht diese Diese South Park Typen Das sind auch die South Park Typen Oder was ist das da Dieses Gedönse da Siehst du Wenn mir eine Strecke gefällt Und mir zusagt Da meinte es auch Easy peasy War schön zu fahren War schön zu fahren Ja dein Freund weiß es selber Aber wie geht denn das weiter Voll Energie Und fertig ist die Fertig ist die Das Mikrofon hier runter Drücken die ganzen Flügel hier Das war also Die Strecke hat mir gefallen Die war echt schön Und das gibt es dann alles in der In der Full Version Was meinst du Gags TV Wie die Figuren am Strecke Ja die komischen Figuren da Mit ihren Köpfen So Bowling Kugeln Bowling Kugeln Die Pins So Pins Eingesperrt mit Köpfen Leute in Pins Eingesperrt mit Köpfen Ich gehe mir schnell mal Pipi machen Komm gleich wieder Erstmal nochmal Brunzen hier Muss schon sein Und den Brunzen geht das nicht Und den Brunzen Und den Brunzen Genau und fertig ist die Remrod Infanterie Ja da hast du recht Remrod nicht Remrod Ja ja So geht es weiter hier Vielen Dank Benny Schifferino Die Figuren nennt man auch Matroschka Ach daher kenne ich die Russische Holzfiguren Matroschka Alles klar So was haben wir denn noch Weltweite Herausforderungen Freundschaftsherausforderungen Hier Die kann man öffnen Ah ja Ja klar Sicher kenne ich schon Ja Weltweite Herausforderungen Herausforderungsname Umgebung Karten Dauert drei Minuten Keine Ahnung Wer oder was das ist Suche Trainieren Rennen Herausforderung Trainieren Schauen wir mal was Achso Herausforderung wird geladen Nicht trainiert Ja drehen wir mal Ist das eine Selfmade Strecke Oder was Erstellt doch Einen Server Mit allen Karten Random Add Gags TV Online Racing Gegen Viewer Oder gegen mich Achso Kann ich machen Ja Ich wusste nicht Dass das geht Machen wir mal gleich Ich glaube ich war hier Richtig Das stand oben Erstellen Ja mach mal Wenn ihr Bock habt Ihr seht Seht ihr da Einen Server Oder muss Bin ich bereit Nö Ihr seht es ja In den Server Da müssen wir Befreundschaftet sein Das ist ja Weiters Kein Problem Aber Mein je nur Wow Was ist das Ist eine andere Wieso geht man In der Strecke Nicht in die First Person Normalerweise Geht man doch Bliß Wau Eieieieie Okay Okay Danke Habe ich Ich meine, es ist ja in der First Person auch nicht wirklich besser, aber in der Third Person ist das, glaube ich, schwieriger hier. Ich dachte, er schaltete mal Automat. Da wird einem nicht schlecht. Sind das Selfmade Tracks oder so? Also Selfmade Tracks. Ja, ich nehme gleich alles an hier bei den Anfragen. Wow, also, Alter. Energie. Das ist ja wie so eine 8er, 9er Bahn Fahrt. Ja, First Person ist schon kacke, aber so auf dem Gelände. Wie soll ich denn hier fahren, ohne einmal dagegen zu ditschen, zu ditschen? Deutschland, Gags 1980. Ja. Nehmen wir gleich an, die Anfragen. Und dann schauen wir mal ein bisschen... Hier, wie nennt sich das klassisch? Community Viewer Racing, oder? Nennt man das, der Sovtarewitsch? Wow, lecker. Neue, nein, nein, waaaaaah. Nyaung. Schock krank. Ja klar, ach klar, neue Rekord. Also, meins ist ja, ne? Es ist ja hier, perfekt gefahren. Ich kann das schon machen, ist kein Problem. Lass, ich mach das schon. Mach das. Ich möchte schon das herausfinden, wenn wir uns das Spiel uns dann holen, wie vor allem wir es werden, dann können wir das wieder regelmäßig machen. Ab und zu mal so Racing. Also, ich hab'n Rekord aufgestellt, weil ich das noch nie gefahren bin, das ist ja klar. Äh, Favoriten und melden. Wie melden? Wieso soll ich den melden? Das ist doch gepasst, die Strecke. Lecker Morsch. So ist das. Multiplayer. Raum suche dann auf meine Räume und vierkern stellen. Ja. Multiplayer? Hot Seed. Geheim. Klassischer Partymus. Ich müsste das Spiel dann einer nach dem anderen. Arcade. Versuche die Top Ten mit drei Kräts zu schlagen und speichere deine Bestzeit. Ach, das gibt Online Racing extra? Wie? Achso, Multiplayer ist Splitskin oder was? Achso, muss ich erst die ganzen... Achso, warte, lass ich mir die Franchise-Fragen vorher annehmen, oder? Achso, stimmt. Es ist ja abgelaufen, mein Gedönse hier. Ist ja abgelaufen. Aber ich kann das jetzt mal für zwei Tage kostenlos holen, gell? Hab ganz vergessen. Ich hab das ja immer am Laufen gehabt, aber jetzt ist es abgelaufen. Machen wir das halt schnell. Wieso will der eine Kreditkarte, wenn ich kostenloses hab? Ja, wie gesagt, ich hab immer... Ich hab immer hier... Komplett laufen lassen, hier. So, hier. Da. Also ist ja klar. Ja, ja, also ich bin die. Ich bin die. Moment, lass ich mal kurz schauen hier. Machen wir das anders. Seit Oktober 2014 immer gesprüht, dass das Gedönse hier. Deswegen. Lasset mich mal was testen hier. Das kriegen wir schon hin. Ich muss nur wissen... Was ich hier für ein blödes Ding angegeben hab, hier. Ich hab halt keine Ahnung, was für ein Passwort ich eingegeben hab. 3-Ball, grüß dich, schön, dass du da bist. Willkommen. Ich schau... Ich schau grad online hier. Ich muss mich hier einladen. Kann ich halt direkt das machen da. Ich weiß aber nicht, ähm... Was weiß ich? Leck mich doch. Wenn ich jetzt das Passwort ändere, muss ich es da auch wieder ändern. Aber gut, dann weiß ich es zumindest. Immer, wenn ich mit der Playstation mache, muss ich jedes Mal, muss ich jedes Mal das neu machen. Weil ich es immer alle eineinhalb Jahre mache. Oder jedes Jahr nur einmal. Wenn sich wieder alles ändern. Leck mich, leck mich. Ja, ich bin kein Roboter. Geht gleich weiter. Ich muss nur den ganzen E-Mail Scheiße gedönseter bestätigen. In der Zeit können wir ja... Bestätigen Sie die E-Mail-Adresse. Eine E-Mail wurde gesendet. Ja, da, Sony Network Entertainment. Grüß dich. Merci. Kopieren. Hier einfügen. Können wir eh hier rausgehen. Ich mach das eh nicht hier. Ja, ja, leck mich. Ja, 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 machen wir schon. Zwei. Jetzt muss ich hier die ganzen Sicherheitsbestimmungen durchgehen. Was weiß ich. Mein Geburtstag wollen die auch nur wissen. Äh, ja. Sie haben ja Passwort erfolgreich geändert. Vielen Dank. Und jetzt fliege ich bestimmt hier raus, weil es nicht richtig angemeldet ist. Äh, anmelden. Genau, da würde ich echt verarschen. Ich habe es eben geändert, jetzt sagt er, es ist falsch. 5, 2, 3. Ich hasse Capture. Ich sage euch eins, da würde ich verkackeiern. Nee, also ich habe das Passwort eben geändert. Ah, doch, es geht. Ich dachte schon. Mir sagt ja, Last Plate Drive Club. Das habe ich gar nicht. Last Plate ist hier, ne? Jawohl, Glückwunsch. Neu Legendary. Cool. Ähm. Moment. Ich muss mal kurz was gucken hier. Kann man diese Scheiße da anmachen. My friends. Portable. Wo ist denn das mit den Einstellungen und dem ganzen Gold-Gedönse hier? Ich brauche keine Portable-ID. Lass mich in Ruhe. My Profile. No favorite friends. Ja, das macht ja nichts. Ja, Gags 19.8, das ist mir klar. Ich muss kurz gucken hier, wie das hier funktioniert. Kann man hier online nicht so einen Gold-Code hinzufügen? Wo kann man denn so einen komischen Gold-Code hinzufügen? Weiß das jemand? Das ist ja seltsam. Da ist eine Sekunde. Aua. Schlagt mir jemand das Lenkertier an hier. Was hier steht neben mir. Im PS-Dor. Ja, aber. Kann ich das nicht einfach online machen, auf der Homepage? Da muss ich den Code ja nicht mit dem gichtigen Controller eingeben. Dann kann ich das. Dann kann ich das einfach so machen hier. My Trophies. My Friends. Was ist denn der Scheiß hier? Ach so, das heißt Playstation Plus nicht Gold. Ach du Kacke. Ach du Kacke. Ja, ja. Alles gut. Jetzt weiß ich es wieder. Ja, ja. Ach, Plus heißt das nicht. Ich dachte, das heißt Playstation Gold. Hier habe ich es ja. Ja, kann ich dann gleich eingeben. Das ist ja das Schöne. Dann können wir online racing. Wenn es klappt. Okay. Jo. Müsst ihr gleich klappt, dann kann ich den Key eingeben. Im Store habt ihr gesagt. Mach ich dann. Und dann passt das. In der Zeit probiere ich nochmal kurz eine Strecke. Weltweite Herausforderungen. Kann ich noch einen anderen nehmen? Eine Minute geht. Jetzt machen wir mal was Kleines. Sind das alles Custom-Strecken von den Leuten? Jetzt schon? Was ist denn der Chat? Ich muss den Chat wieder einschalten. Wo seid ihr denn? Hier seid ihr. Tag. Ja. Wunderbar. Der Glückwunsch. Ach so, ich kann jetzt schon eingeben. Könnte ich schon machen. Ja. Ich fahre jetzt das und dann gehen wir mal den Key ein. Und dann gehe ich ins PSN-Store. Ich glaube, ich komme da erstmal gar nicht rein. Weil ich fast hab ich da geändert hab. Guck mal. Ja, ja, genau. Ich war ja noch gar nicht ready. Ah, cool. Das ist egal. Komm, wir machen das andere. Wie komme ich da jetzt hin? Playstation Key? Ach so, meine Batterie ist ja auch fast leer. Ach so, okay. Dann, ähm, wo gibt man den Key ein? Ich schätze mal hier. Was scheiße, äh, Code einlösen. Dann machen wir das mal schnell. Dieses dit 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 wieder. Lol. Was scheiße, äh, Code einlösen. Ich kann auch nicht sehen. Oh, das ist das mal. Das ist eigentlich. Das ist einfach so, final. Was scheiße. Und dann kann ich, äh, Code einlösen. Ich kann ja in den Key einlösen. Mir ist das mal wieder. Und dann mache ich das mal. Maulke, ich kann ja mal drücken. Wir werfen ja. Ich kann ja nicht... Ich kann ja nicht sagen. Ich kann ja nicht sagen. Vielen Dank. 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 X, X, X. Okay, haben wir. Habe ich hier macht alle hinzugefügt, dann zurück. Was? Stilvorschlag? Warte, und da. Was meint er mit Stilvorschlag? 75% unterschiedlich, mehreren, 20% überspringen. Wählen. Überspringen. Weck mich. Passwort. Was? Ja, die hier, die ihr seht, ihr seht, ihr seht das ja sowieso hier. Was machen wir denn? Machen wir racing. R, A, C, I, N, G. Okay. R-A-C-I-N-G Na gut, dann, weißt du nicht, ich kann es einfach so beitreten, ich habe keine Ahnung, ob das funktioniert. Raum-Info Jo, ihr seht ja alles, ich muss euch ja nichts sagen. Okay, wunderbar. Warten auf Master-Server, ach du Scheiße. Fini, grüß dich, wie geht's dir? In einer Stunde ist Bundesliga, jawohl. Das ist nett. Das ist nett. Na dann, auf geht's. Das ist doch die erste Strecke, oder? Ja, mit diesem komischen Auto da. Achso, das ist ja auch noch ein anderes Auto, habe ich das gar nicht gecheckt. Ich weiß, ich weiß, ich habe dich schon mal begrüßt oben, aber ich dachte, du nirgends mal geschrieben hast, du willst dich nochmal fragen, wie es dir geht. Wow. Da ist er, der Justine. Achso, jetzt haben wir fünf Minuten Zeit. Jetzt haben wir fünf Minuten Zeit. Okay, alles klar. Oh, das trifft sich wieder anders, das Auto. Ja, wunderbar. Pain Vickers ist auch drin. So, jetzt kommen alle fünf Minuten, eine random Strecke. Ja, passt ja. Kommt die random, oder kommt die nacheinander? Weil bis jetzt ist ja die erste hier. Achso, ja, passt ja. Alles klar. Ich fand es am Anfang auch sehr gut, nur komme ich jetzt mit dem gar nicht zurecht, da ich mit der anderen gefangen bin. Nein, wieso tut es denn? Du Penner, ich drifte doch hier. Wieso tut es denn dauernd so blöd da? Ah, ja gut. Kann ich den Neustarten? Ja, ich kann Neustarten, genau. Ha. Ich komme halt in den ersten Drift nicht rein. Wow. Wart'n Fail. Wart'n Fail. Oh, ihr seid's 33. Ihr seid ja sehr nah zusammen. Oder beinaheinand. Krass. Weiß nicht. Wie das ist mit anderen Spielern. Du siehst ja unten so eine Liste da.